Ramadan angekommen. Doch warum sind gerade die letzten zehn Tage des Ramadans so unheimlich wichtig? Diese Tage sind so wichtig, da die Nacht der Bestimmung, also Laylatul Qadr, auf eine dieser letzten zehn Nächte fällt. In dieser Nacht wurde zum ersten Mal die von Allah überbrachte Botschaft durch den Engel Gabriel, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, überbracht. Hier werden insbesondere den ungeraden Nächten eine extrem hohe Chance zugeschrieben, auf die heilige Nacht zu fallen. In dieser Zeit soll der Muslim so viel Zeit wie möglich damit verbringen, Gott zu preisen, indem man betet, den Koran liest und viel Zeit mit dem Bittgebet, also dem Dua verbringt. Ein sehr wichtiger Dua für diese letzten Tage, was wirklich wie ein Cheatcode ist, ist der folgende. O Allah, du bist wahrhaftig vergebend und liebst die Vergebung, so vergebe auch mir. Nutzt wirklich diese Tage, denn jeder Akt, den man an Laylatul Qadr macht, wird einen Wert von tausend Monaten zugeschrieben. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie wichtig dieser eine Tag wirklich ist.